Hallöchen Popöchen Willkommen auf meinem Kanal mein Name ist Meco und wir spielen heute wieder Hogwarts Legacy und ja ich freue mich erstmal alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen schön dass ihr mit dabei seid und ihr seht im Hintergrund da ist noch ein Bild frei also wenn du noch nicht abonniert hast dann würde ich dir raten das zu tun ansonsten zauber ich dich da rein und dann kannst du da bleiben so wie die anderen beiden Herren die ja auch nicht abonnieren verstehst du wie ich meine letzte Folge neue Aufgabe also in der letzten Folge neue Aufgabe bekommen zweite Prüfung und wir sollen jetzt zur zum Schloss Feldcroft da waren wir noch nicht aber in der Nähe teleportieren wir uns hin und gehen da waren wir wegen der Schwester da haben wir auf die andere Seite geguckt und da war das Schloss sie ein nettes kleines örtchen erinnert euch vielleicht aber mal wo ist denn der komische hat oder auf diesen Turm hier also erstmal müsste man ja ich verkaufe mal eben schön sie wiederzusehen sie auch was kann ich denn für sie tun was verkaufen sie hier wonach steht ihnen denn heute der sinn nach verkaufen mein freund was soll ich diesen schall tragen kann sie doch gern jederzeit weil ich ihn doch da drüben ist das schloss genau da oben drauf haben wir gestanden und das schloss jetzt gehen wir noch mal schauen Nö, haben wir nicht was. Die Fresse. Ich werde dich drohen. Ich werde dich drohen. Ich werde dich drohen. Ich werde dich drohen. Ja. Das ist schneller gerufen als du wolltest. Das ist besser. Da geht es rein. Wir müssen erstmal hier. Meister proper steht da unten. Wir müssen erstmal holen. Hier drüben. Aber lange auf dich warten lassen. Was geht hier vor sich? Professor Ruckwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Ruckwoods Handlangen und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hinein finden müssen. Gehen wir. Hab schon gefunden. Mal da, Mann. mal da. Mal da, Mann. Ich- verpflichtet da kommen wir rein dann kommen wir mal her Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umtreibst... Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für die ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe. Und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind. Aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und? Ranrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Fangen wir mal hier an. Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Ja, dass du ein Hurelumpen bist. Du, der von hier, Alter. Ach, das war der falsche Demort hier treffen. Boah, Alter. So, wir sind denn hier? Geil, die Prüfung! Prüfung! Du kannst den Dreh einfach nicht mehr auf. Sehr, der hier ist. Du kannst den Dreh einfach nicht mehr auf. Okay, komm. heftig alter da musst du sogar ich ein paar tränke schlucken jetzt das war ordentlich hat ja keiner wissen dass hier direkt tausend stück kommen jungen geh doch da an der scheiß stange vorbei Reveilleu 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 Liegen wir jetzt zu einfach Das ist wohl der Schnellweg nach unten was hat es mit den symbolen an den wänden auf sich habe ich schon gelöst was los mit dir was ist los mit dir sie sind uns ach du scheiße folgen wir ihnen bewegen das muss es sein der magie vorrat und die quelle von renn rocks macht sieht leer aus warum sind sie noch hier wenn sie alles entnommen haben renn rock sagte dass es noch mehr zu finden gibt wenn er damit recht hat liegt es wohl möglich hier wo auch immer es ist wir müssen es finden bevor sie es tun das werden wir gleich rausfinden ich habe etwas gehört ich hatte gehofft dass sie es sind äh ha professor ruckwood die kobolde und die schwarzen magier im schloss suchen nach magie vorräten und haben eine art behälter aufgebrochen nein es ist noch schlimmer als ich gedacht habe wenn wie sie es percival sagten ein kobold in seinem verließ mächtige magie wirkte dann haben sie irgendwie gelernt das kann nicht sein und die wissen dass sie ein hüter war renn rock nutzte den begriff das ergibt keinen sinn wie er hat das besprechen wir später jetzt müssen sie die nächste prüfung absolvieren sagen sie mir einfach wo ich hin muss sie müssen diese macht zuerst vollkommen begreifen dafür sorgen diese prüfungen macht ohne wissen ist enorm gefährlich in den falschen händen wir müssen renn rock überlisten und meinen unseligen namensvetter gut professor sagen sie mir wo ich hin muss ich werde es ihnen zeigen professor fickt muss sie jetzt verlassen tschüss ficker tschüss ficker tschüss fmetros tschüss 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 wit tschüss Der Bund sieht schön aus. Aha, ich will auch was mit diesem großen Tor hier machen. Ah, ich will auch mit diesem Tor hier machen. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Vielleicht ist der Turbo nie die Lösung. Ich muss die Säule verschieben. 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 Hey. Das ist gut. Das könnte ein bisschen zu hoch sein Wenn du verstehst, was ich meine Nee, hier sieht nichts mehr Eben nochmal hier gucken, nicht dass da noch einer ist irgendwo Nee Das ist eine Truhe Da ist noch was, ich weiß noch nicht, wie ich da hochkomme Ich bin mit dem Ich bin mit dem Ich bin mit dem ... ... ... ... Na also... Oh, durch da! Hoffe da drin! Ah du... Tschüss. Ja, ok. Tschüss. Ja, ok. Ja, ok. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber kein Vorsprung zum festhalten. Aua. Immer zu, Freundchen. So funktioniert das hier nicht. Hey, du hast ein bisschen mehr drauf als dein Kollege. Bist du schon? Okay. Expelliarmus. Dependent. Kustig. Dependent. Die Handel! Das ist sie! Die Handel! Was bringt mir das, dass es das dräht? Wenn ich jetzt hier durchgucke... Durch das! Ah! Ich verstehe! Äh... Das passiert auch nicht! Jetzt bin ich maßlos verwirrt hier! Ich bin wirklich verwirrt! Warte mal! Ah! Äh... Ha! Aua! Ich bin auf dich zu drehen, du blödes Ding! Hör mal! Hör ihr eigentlich, dass die Stimme, die hier im Hintergrund rumstöhnt? Immer warte Kedavra sagt! Ich glaube unruhig, wie ich finde! Uuuuuh! Na, wer wäre jetzt aufs Maul? Na, euer beiden da, wa? Ja, fressen, nein, du Lappen! Ja, Fressenheit, du Lappen! Oh ja. Na dann. Das war ein leichtes Rätsel. Wollen wir mal gucken wer diesmal der Endboss ist hier. Okay. Das wieder die Truhe mit trinken. Fünf Tränke. Oh Mann. Jetzt muss ich immer durch so ein Portal gehen. Damit ich die Gegner sehe oder was. Super Sache. Das war so klar. Geh trinken du. Kommt trinken. Oh. Kommt trinken du. Kommt trinken. 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 Jetzt wieder nicht mehr. Moment mal. Ihr fudelt doch gerade. Ihr Penner. Und sehe ich euch nicht. Aha. Der Großen da anvisieren. Aua. Hör mal. Wofür drücke ich auf G. Damit du keinen Trank nimmst oder was. Du Affenkind ey. Also dieses nicht automatisch anvisieren. Nur weil er weiter weg ist. Geht mir auch richtig auf die Nüsse. Na ehrlich. Mimimi könnte jetzt sagen so viel wie ihr wollt. Es geht mir auf die Nüsse. Er musste die ganze Zeit Tabulator drücken. Ja. Shift kacke scheiße drücken da. Damit das hier mal funktioniert. das alles war mega. Tudiant. Wolltes mir auf die Nüsse gehen? oder wata? Wirы shotsmal den ein hier platt machen. Den ich sehen kann. Ich kann hier auch durchrennen und kann euch den Arsch hören wollen, ihr Bastarder Na? Warte jetzt Ich fahre wieder noch rein Ah ja ok, jetzt kommt noch Kugelnastik 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 Lassier Kugelnastik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das sieht schon freaky aus, oder? Können wir die Kamera drehen? Können wir hier fürs Bild? Geil! Hier ist doch garantiert irgendwo eine Truhe, oder? Können wir auch belohnt werden, Freunde! Oh! Sollte house die 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 Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Sie ist das Böse. Glaubt mir doch. Ja, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Ich habe gedacht, sie tötet die Menschen. Als sie gesagt hat, sie kann die Schmerzen nehmen. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Ruckwood hat mir erzählt, was auf Schloss Ruckwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Ähm... Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war... Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit. Was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung... Wie soll ich sagen? Vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass... Nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid. Sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Sehr schön. Sehr schön. Und Winter ist da. Hui. Hui. Und damit beende ich dann auch diese Folge. Und damit beende ich dann auch diese Folge. Wir bekommen jetzt wahrscheinlich wieder massenweise Nachrichten. Wir warten noch mal kurz. Ich sag schon mal hier, ne? Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren, meine Lieben. Na? Keine Aufträge? Nati erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Na klar, jetzt bin ich schuld. Na, das war's? Okay, cool. Dann, ne? Nächste Folge und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Haut rein! Und jetzt, wir kommen.